Guten Morgen Börser Gemeinsam mit XTB Heute ist Montag, der 25. September 2023 Und wir wollen uns einen Blick Natürlich auf die Märkte gönnen Ganz kurz eine Einschätzung geben Wo stehen wir gerade? Ich glaube wir tanzen auf das Messers Schneider War verhältnismäßig doch schwach der Wochenschluss Was nicht so wirklich überrascht Nach der recht restriktiven Haltung Der FED in ihrer Leitzinsentscheidung Beziehungsweise ganz besonders in ihren Economic Projections Am vergangenen Mittwoch schon bereits Und so, der DAX, der ist jetzt In Richtung dieser Schlüsselunterstützung gelaufen Genauso wie auch der S&P Oder auch der Nasdaq in diesen Bereichen Eben handeln Und die Bullen sind jetzt tatsächlich in der Pflicht Ich glaube allerdings, wir übertreiben es ein bisschen Dahingehend, also das ist zumindest mir Der Eindruck, der entstand so ein bisschen über das Wochenende Ich habe so ein bisschen durch diverse Soziale Medien geklickert Also im Hinblick eben auf Trading Input Beziehungsweise die Einschätzung, das Sentiment, der Bias Der Markteilnehmer und der ist doch schon sehr, sehr arg bearish Also da kommt man dann relativ schnell Auch auf Einschätzungen zum Beispiel Wo Kursverläufe gesehen werden Die erinnern an 1987 In den großen Crash, dann den schwarzen Montag Und so weiter Und ich glaube, das ist ein bisschen Arc over the top an dieser Stelle Aber wir sind kurzfristig definitiv An einem Schlüssellevel In einem Schlüsselbereich Um einen Break tiefer Das wäre der Abwärtsdynamik zu erwarten Aber auf der Kehrseite Selbst wenn wir diese zu sehen bekommen Hieße das nicht im Umkehrschluss Dass das dann ein tiefroter Jahresschluss wird Sondern ganz im Gegenteil Es gibt einige Statistiken Die sogar darauf hindeuten Dass das dann der Beginn Einer ziemlich starken Jahresendrallye sein könnte Alle weiteren Details In wenigen Minuten Zunächst einmal wie gewohnt Der Blick auf den Risikoinweis Die Wiesn und CFD sind komplexe Handelsinstrumente Die werden auf Margin getradet Gehen mit dem hohen Risiko einher Schnellgeld zu verlieren Sind ausgehend hiervon Nicht für jeden Anleger geeignet Bevor man mit dem Handel beginnt Erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil Und oder lasse ein solches erstellen Von einem unabhängigen Finanzberater Lade sich dann auf xdb.com Kostenlos eine Demo herunter Testen der Handel risikofrei Schauen, ob der Handel mit diesem Produkt Sich für einen eignet Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann Hat man natürlich auch die Möglichkeit Ein Live-Konto zu eröffnen Diesbezüglich alle Informationen Von einem bestimmten Risikoinweis Auf xdb.com Darüber hinausgehend Nutzt auch gerne die Möglichkeit Unterhalb des Videos eure Fragen zu stellen In der Kommentarfunktion Falls ihr Fragen haben solltet Ich würde die dann entsprechend beantworten Und in eigener Sache Wichtiger Hinweis Es handelt sich hier nicht um eine Anlageempfehlung Bitte die folgenden Inhalte Nicht als solche missverstehen Es handelt sich um ein rein edukatives Rein informatives Event Hier einmal die Kontaktdetails Zu xdb E-Mail-Adresse, Telefon Wie es auch beliebt Gerne Kontakt aufnehmen Kurz zu xdb als Broker Bester CFD Brokersjahrs 2023 Die Gründe dazu geführt haben Findet ihr einmal hier in der Mitte Unter anderem aufgeführt Und Dann auch der Hinweis Auf die beste Trading App Nämlich die xstation 5 In die wir jetzt Just genau In diesem Moment Einen Blick werfen wollen Ich habe den DAX hier Auf 5 Minuten Basis Einmal aufgemacht Und in dem Zusammenhang Kann man noch die Linien erkennen Aus dem Live Event Gerade mit den Kunden Von xdb Und zwar hier Im Zusammenhang mit möglichen Szenarien Die eine Rolle spielen könnten Ich wäre Willens Oder beziehungsweise Wollte Würde Gerne für eine klare Bärische Haltung Einen Break Unter die Tiefs Hier von Freitag Zu sehen bekommen Das ist diese Blaufarbende Linie Hier auf der Unterseite Ein Halten unterhalb Das dann auch weitere Abwärtsdynamik Auf den Weg bringen könnte Das wäre der Beginn Ich glaube ich Eines starken Momentum Drives Auf der Unterseite Der die Tür öffnen würde Meine Einschaltungsnachrichtung 15.000 Punkte Alternativszenario Ist das zweite Jenes Szenario Wo ich sage Wir sehen einen kurzen Pop Hier auf der Oberseite Einen kurzen Stich In die Hochs Von letzter Woche Freitag Und dann ein Überrollen Mit fallenden Hochs Rollen über Fallen unter den EMA 65 Entschuldigung EMA 50 ist es an der Stelle Fünf Minuten Chart Das ist mein Vorteilsidentifikator Im Falle auf den DAX Und würden dann von dort Und Short positionieren Ich hätte aber auch gesagt Das wäre erstmal für mich Maximal der Grund Einen vieler Short Auf den Weg zu gehen Und dann aufzuaddieren Sollten wir den wirklichen Finalen Break Unter die 15.600er Region Also die Tiefs von Freitag Zu sehen zu bekommen Und Alternativszenario Die hält wieder die Region Wir bouncen erneut Gegen diesen Bereich Und halten dann Oberhalb der Hochs Von Freitag Die dann vielleicht Nochmal eine Korrekturbewegung Auf den Weg bringen Wie gesagt Übergeordnet Ist das eine wichtige Supportregion Die Bullen sind jetzt In der Pflicht Ein Break tiefer Könnte oder würde Meiner Einschätzung nach Ein klar bärisches Signal Nach sich ziehen Welches dann den Weg Ebenen würde Wenn wir die Range aufklappen Und was ich dazu meine Oder was ich damit meine Generell ist folgendes Nämlich Ich würde hier einfach sagen Okay das ist die Rangebreite Die Range Die sich jetzt hier Über mehrere Wochen Fast schon Monate Heraus kristallisiert hat Wir duplizieren das einfach Hier auf der Unterseite Und dann sehen wir Wir klappen diese Range Einfach auf der Unterseite auf Und landen dann In gefilten Und ungefähr Zunächst einmal 15.100 Punkte Pi mal Daumen Übergeordnet Wird das auch unterstrichen Wenn wir hier uns Den Daily Chart Beispielsweise anschauen Dann können wir erkennen Das ist eine ganz 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 Wichtige Supportregion Die sich seit Monaten Schon hier heraus Kristallisiert hat Fallende Tiefs Die würden bestätigt Mit dem Break tiefer Und dann Nicht nur 15.100 Eventuell sogar ein Lauf Bis in diese Gefilde Hier 14.800 ungefähr Das sind so diese Tiefs Die wir im März Ausgebildet haben Auf diese Mini Bankenkrise Und was eben aktuell So besorgniserregend ist Vielleicht für die Bullen ist Dass wir das Auf mehreren Freunden Zu sehen bekommen Also nicht nur der DAX Handelt ganz nah An solch einem Schlüssellevel Sondern auch der S&P Beispielsweise handelt An solch einem Schlüssellevel Wie wir es hier erkennen können Ganz schwacher Schluss Auf die Woche Nochmal Das kommt nicht überraschend Wir hatten dieses Szenario Als mögliches In meinem Fall sogar Als wahrscheinliches Szenario skizziert gehabt Das hatte ich ja Dargelegt gehabt Hier am Mittwoch Vergangene Woche Im Guten Morgen Börse Hatte diese Szenarien Durch exerziert Durchdekliniert Und dann ist es Dieses Szenario Wirklich auch tatsächlich geworden Dieser restriktive geldpolitische Kurs Der eher bearish Eben für Equities insgesamt ist Seitens der US Notenbank Und wir sind jetzt Infolgedessen Wieder in diesen Schlüsselbereich Hier ungefähr Roundabout August tief 4.370 Punkte gefallen Und wir sehen keinen starken Bounce Also wir haben einen relativ Schwachen Wochenschluss Zu sehen bekommen Wir sehen eine 50-Tage-Linie Die wieder hier Am Überrollen ist Und einen Break tiefer Nicht, dass es den großen Ausverkauf nach sich zieht Oder dass es irgendwie Das Bild deutlich eindrückt Aber es birgt eben die Gefahr Dass wir wenigstens mal Einen Test hier Dieser übergeordneten Aufwärtstrendlinie In den kommenden Wochen Vielleicht sogar in einem Zug In den Quartalschluss hinein Zu sehen bekommen könnten Den Test dieser Aufwärtstrendlinie Den wir schon im Nasdaq Zu sehen bekommen haben Sehr ähnliches Bild Fallende Hochs Die sich ausbilden Auch hier eine wichtige Supportregion Meine Einschätzung nach Fallende 50-Tage-Linie Rollenüber Trendlinie wird angelaufen Wichtiger Supportbereich Um Roundabout Die August-Tiefs Wenn wir da brechen Potenziell die sogenannte Kreuzunterstützung Würde man vielleicht Technisch sagen Haben wir durchaus noch mal Potenzial für einen Lauf Unter das 14.000er Level Also das könnte im Tech-Bereich Noch mal ziemlich holprig Tatsächlich dann werden Und es wird auch bestätigt Wenn wir zum Beispiel Den Spyder anschauen Also auch kurzfristig Diese Short-Einschätzung Den Spyder anschauen Den ETF auf den S&P 500 Oder auch die Qs gleich anschauen Wir handeln unterhalb Der 5-Tage-Linie Das ist hier diese Schwarze gleitende Durchschnittslinie Der EMA 65 auf 30 Minuten Basis Wir halten drunter Und wir haben eben hier Auch eine wichtige Supportregion angelaufen Und unterschritten Und hier sind die Bullen Jetzt zum Wochenstart In der Pflicht Sei es im S&P Oder sei es auch Beispielsweise in den Qs Das ist das Bild sehr sehr ähnlich Da habe ich jetzt zwar Keine solche Linie eingezeichnet Aber man kann es Hier auch erkennen Wir handeln deutlich Unterhalb der 5-Tage-Linie Und wir sind so lange Auch kurzfristig Short Aus der Swing-Perspektive Short Meiner Einschätzung nach Wie wir unterhalb Dieser 5-Tage-Linie handeln Sollte es zu einer Rückeroberung Oder kurzen Rallys kommen In Richtung der Erstmal Dann wären auch die Mit großer Vorsicht zu genießen Das wäre kein Signal Sich irgendwie long zu positionieren Sondern eher ein Grund Mal zu schauen Sind wir in der Lage Zurück zu erobern Sind wir nicht dazu in der Lage Sehen wir nur kurze Attacken Das haben wir über den gesamten Monat August zu sehen bekommen Dann sind weitere Abschläge Denkbar Also kurzfristig Der Vorteil Short Wir sind Wandeln auf das Messerschneid Im übertragenen Sinne Und die Short-Seite Scheint definitiv zu favorisieren Schauen wir mal Was der DAX uns liefert Eventuell als erster Vielleicht kommt der Abfallsimpuls Sollte er überhaupt Erkommen natürlich Dann auch erst Seitens der Wall Street Aber Und jetzt kommt's Wie sieht denn die Situation Ein bisschen übergeordnet aus Und dazu Hatte ich hier Im Vortrag Mit den Kunden Von XDB Hatte ich hier Einen Twitter-Account Den ich jedem empfehle Übrigens an dieser Stelle Von Ryan Detrick Angesteuert Der über das Wochenende Mal ein bisschen Statistik Einfließen Hat Lassen Und Was wir zum Beispiel Hier von ihm sehen Eine sehr sehr interessante Betrachtung Ist an dieser Stelle Geht zurück bis ins Jahr 1950 Im S&P Das ist Jetzt in dem Fall Tatsächlich 13 Mal Bis dato vorgekommen 13 Mal Dass der August Und der September 1% oder mehr Negativ notiert haben Und diese Konstellation Findet sich auch Dieses Jahr wieder Und dann sagt er Naja Wie hat denn dann Im Oktober Der S&P performt Oder Also im Schnitt Jedenfalls Beziehungsweise Was haben wir auch Vielleicht in den Jahreschluss Zu sehen bekommen Und ich glaube Das Bild ist eindeutig Also Aktuell ist nachvollziehbar Dass die Marktteilnehmer Nervös werden Dass sie sagen Vielleicht Weitere Bearishness Auch da Vielleicht Dieses Thema Übertreiben Auch in gewisser Form Muster erkennen Stichwort Paridolie Beispielsweise Die einmalig Aufgetreten sind Die man jetzt Nicht wiederholen sieht Und dergleichen Und der große Crash Von 1987 Ich sage nicht Dass es unmöglich ist Aber ich sage Man sollte dann So ein bisschen Vorsichtig sein Dass man da Vielleicht doch Ein bisschen Arg dunkle Wolken Aufziehen sieht Die sich aktuell Nicht wirklich zeigen Noch nicht zeigen Und das ist auch Aber warum Nachvollziehbar Vor dem Hintergrund Beispielsweise Auch der niedrigen Volatilität Die wir jetzt Über die letzten Monate Gesehen haben Diese starke Bullishness Seit Mai Beispielsweise Wir sind nicht mehr Darauf ausgelegt In Anführungsstrichen Gewöhnt daran Dass da mal ein bisschen Abgabedruck reinkommt Und sobald dann mal Sich zwei, drei, vier Tage Die Vorzeichen Ein bisschen röter präsentieren Dann denken wir gleich Das war es jetzt Und jetzt kommt der große Crash Und das ist etwas Das sollte man sich Immer wieder ins Gedächtnis rufen Und vor diesem Hintergrund Lohnt dann ein Blick Über den Tellerrand hinaus Mal ein wenig in die Vergangenheit Welches mehrere Markenfelder abbildet Und vor allem Welches das Ganze Auch mal auf ein statistisch Validiertes Oder auch nicht validiertes Fundament stellt Und es ist eben Nicht validiert Dass es bearish ist Ganz im Gegenteil Das ist sogar ein relativ Bullisches Umfeld Und das sehen wir eben hier Dass wir dann Auf diese 13 Male Zehnmal im Oktober Fester geschlossen haben Mit einem Schnitt Von 4,5% plus Für den Monat Oktober Und fürs Jahr Für das vierte Quartal Dann also Oktober, November, Dezember Sogar 7% fester geschlossen haben Und das in 92,3% der Fall Also in 12 von 13 Fällen Also das bedeutet Was wir gerade zu sehen bekommen Ist zwar kurzfristig Auch ausgehend von der Technischen Konstellation Eher mit Skepsis zu beäugen Und begünstigt die Short-Seite Aber längerfristig Also für die nächsten Monate Sollte man dort Nicht unbedingt Den Kopf in den Sand stecken Soweit meinerseits Zum Wochenstart Happy Trading Habt einen guten Start In die Handelswoche Wir hören uns dann morgen hier An dieser Stelle wieder Gemeinsam mit der XTB Zum Guten Morgen Börse Bis dann Und Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann